Guten Morgen und herzlich Willkommen zu der heutigen Tagesschau. Heute im Studio begrüsse ich die Experten Chiara, Lorena und Aurora. Wir freuen uns sehr hier zu sein. In der heutigen Sendung geht es um die Umwelt. Diese drei jungen Damen haben sich lange mit der Umwelt und deren Faltung beschäftigt und sind in diesem Gemüt zu Experten geworden. Jetzt werde ich euch ein paar Fragen darüber stellen. Warum beschäftigt auch das Thema? Uns beschäftigt das Thema, weil wir sehen, dass die Tiere dadurch sterben und das Klima sich verschlechtert hat. Aber es betrifft halt nicht auch nur die Tiere, sondern auch die Menschen und wir denken, dass vor allem die nächste Generation Probleme haben wird. Wo im Alltag trefft ihr das an? Zum Beispiel bei den Autos oder beim Schnee, beim Müll und ein Beispiel bei den Autos wäre auch der CO2-Ausstoß. Was findet ihr am schlimmsten? Wir finden es schlimm, dass viele Leute einfach nicht darauf achten und auch absichtlich Müll auf die Straße werfen und dass man einfach nicht aufs Klima schaut. Wie denken wir über die Zukunft? Wir denken, wenn sich die Gemeinschaft verbessert, dass das alles sehr gut kommen wird. Was könnte man ändern, damit man die Umwelt schützt? Eine Müllkönung machen, also das heisst wie recyceln oder wenn es halt gar nicht geht, Busse verteilen. Und die letzte Frage, wie denkst du dir über Klimakliber? Also ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass sie sich für das Klima einsetzen, aber ich denke, man müsste sich nicht auf die Strasse kribbeln. Also ich finde es stimmt eigentlich nichts, weil es ist so sinnlos, weil im Kleber sind halt auch Stoffe, die für die Umwelt nicht gut sind und es ist so wie nutzlos. Also ich stimme auch Lorena zu, ich finde es auch eigentlich wirklich sinnlos, weil sie blockieren ja nur an einem Ort die Autos, sondern an einem anderen Ort fahren die Autos auch trotzdem weiter. Deswegen finde ich es nutzlos. In diesem Fall danke ich euch vielmals für die genauen Antworten und auch für euren Besuch im Studio. Und jetzt schwenken wir zu Sofie nach Fribourg. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais interroger un groupe de jeunes sœurs de la thème climatik. Bonjour. Vous interessez de la thème climatik? Oui, 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 je suis interesse. Eine Frage für dich, was du denkst, von der Klimatik? Ich finde die Klimatik sehr gut. Eine Frage für dich, was du denkst, von der Klimatik? Ich finde es sehr fiable, dass ich die Klimatik nicht benutze und nicht benutze. Du kannst etwas für die Klimatik? Nein, 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 nicht wirklich. Ich lebe und ich mache mein Ding. Das ist so. Interessant. Vielen Dank für die Interview. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.